Und jetzt wir wollen, zum Beispiel du verträgst, wenn man vom Stehen eins im Falten kommt. Zum Beispiel die Außensicht. So, komm her. Zum Beispiel, komm her. Oder? Pass auf. So, schon hab ich mich wieder. Oder? Bin sicher? Zum Schluss zu stellen. Komm her, komm her. Komm her, komm her. Komm her, komm her. Komm her. Das Bein nach hinten. Wenn du nur jetzt eine angrabst will, ja? Im nächsten Möbel drin. Schon hast du ihn. So viel. Oder zum Beispiel, dann zeig ich dir mal einen Trick. Jetzt lege ich mich mal hin. Du tust so, als wenn du mich hast, wenn du wieder aufsinnst. Und zeig den Trick, wie du wieder rauskommst. Setz ihn nochmal hoch, wenn du mich hast. Und mal hinsetzen. Baller hoch. Und es kommt dann runter. Dann hast du ihn gleich wieder. Oder hier. Nimm dich mal im Würgegriff. Nimm dich wieg im Würgegriff. So wie dich dich zugenommen hat. Oder hinter. Nimm dich mal mal im Würgegriff. Und du mit. So. 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 Weißt du? Würge. Hebel. Und Würfel. Nur Beintechnik. Das Welt von Gott, so wird auch wieder. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Sulu, ne? Dass man so einen E-Guru wird. Wenn du dich trotzdem draußen verteidigen kannst. Da gibt es, was du ja auch nennen kannst, die Zeit, diesen Rift drauf. Kannst du auch mal probieren. So. So. Du hinstellst. So reingehen. Rüber. Und. Na, na, na. Komm. Du musst mitten mitgehen. Oh. Was hast du denn? Reingehen. Oh. Oh. Du hast. Ach. 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 Ich glaube. Ich glaube, das lassen wir erstmal, ne? Ach. 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 Du, eins hab ich da noch drauf. Das will ich dir mal zeigen. Komm her. Bevor. Dich machen dann, so ganz lang hin, händeln. So in Liegestützstelle. Und jetzt da versuche ich, so die Hände weg zu hauen, weil zuerst liegt, ja. Ach. 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 Ja, du bist auf die Knie, aus. Kann man nochmal, einmal noch probieren? Einmal noch. Auf die Knie ist es aus, wenn du auf die Knie gekommen bist. Ich rutsche ein bisschen mehr drüber. Nein, nein. Ist es soweit? Ja. Los. Ach, was machst du denn da? Ich stehe dort? Nein, so musst du stehen. Ach so. Nur so. Nicht hinten gegen mich. War davor. Und jetzt. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe noch nicht so gut. Oh Gott. Oh Gott. Amen. 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 Amen.